Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, wir gehen erstmal in den Kampf, checken erstmal ab, ob wir überhaupt kämpfen können. Das ist hier die Frage, yo. Unsere Dinos sind auf alle Fälle bereit. Wir sind in einer Räuberliga und checken natürlich erstmal ab, ob wir hier den nächsten Kampf irgendwie bestehen können. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ja, sieht eigentlich relativ gut aus für uns. Auf jeden Fall von der Dino Konstellation muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Gucken wir erstmal, ob er angreift mit allen drei. Ja, ich glaube, den haben wir erstmal weggeärmert. So sieht's aus. Das ist erstmal richtig gut für uns gelaufen. Jetzt hat er zwar fünf Schläge, kann uns natürlich auch platt machen. Vierer haut er auf den Kopf. Einen hat er auf jeden Fall noch für die nächste Runde oder blockt er. Würde ich sagen, nehmen wir nochmal drauf. Und haben auf alle Fälle relativ gute Karten. So, vierer haut er auf. Vierer nehmen wir mit in die nächste Runde. Jetzt hat er natürlich auch acht. Hauen wir nochmal vierer auf. Der wird natürlich auch vierer blocken, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. War mir auf jeden Fall klar, aber gut, okay. So, hauen wir mal fünf Euro. Jetzt block ich erstmal drei. Nehmen vierer mit in die nächste Runde. Er hat wieder vierer genommen, alles klar. Wissen war Bescheid. So, und jetzt haue ich einfach alle drauf. So sieht's aus. Den haben wir erstmal auseinandergeärmert. Klar hätten wir auf jeden Fall auch schneller erledigen können, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Sagen wir das einfach mal so. Von daher habe ich es einfach mal so ganz lässig gemacht. Also ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit gelassen. Sagen wir das so. Sicher ist sicher. So, wir holen uns die Punkte. Und sind auf Platz Nummero 47. Das ist eigentlich relativ okay. So, wir wollen noch ein bisschen weiter. Ein paar DNS wären auf jeden Fall ganz lässig gewesen. Ich weiß ja nicht, wie macht ihr das? Zählt ihr ein paar Sekunden oder weiß ich, acht, neun Sekunden, so sind das immer, wenn ihr das eben mal überschlägt? Oder habt ihr da irgendwie eine Taktik, wie ihr hier irgendwie ein cooles Paket bekommt? Wenn ja, schreibt das in meine Kommentare. Oha, jetzt haben wir auf jeden Fall einen richtig harten Brocken. Gucken, ob der gleich mit zwei angreift. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Nö. Block X2 nehmen vier mit in die nächste Runde. Gut, er haut alle drauf, was er hat. Wissen wir Bescheid. So, gucken, ob es was bringt, was der Gegner uns dann gleich auf die Mütze haut oder nicht. Werden wir sehen. Vier Schläge hat er. Ja, ich glaube, den reißen wir auch gleich auseinander. Richtig noble Sache. Was macht er jetzt? Seht ihr mit allen drauf? Mit viere geht der Ruf. Alles klar. Dreie kann er sozusagen blocken. Nur mal so zur Info. Wir hauen aber alle Ruf und dann müssten wir doch irgendwie packen. So sieht's aus. Den Sieg haben wir an der Tasche. Schöne Ding auf alle Fälle. Hätte ich nicht mitgerechnet vor Kampfbeginn, aber naja. Manchmal muss man nur ein bisschen Glück haben. Gucken, auf was für einen Platz war Rutschen. Ja, Platz 19 ist schon okay. Gucken, ob eine nächste Liga auch irgendwie noch kommen wird. Wäre richtig noble. Okay. Na ja, ein paar DNS, okay. So, noch einen Kampf können wir hier auf alle Fälle nicht machen. Wie sieht's hier aus? Ah, da sieht's eigentlich auch relativ mau aus. Von daher würde ich auch sagen, hier brauchen wir ja nicht probieren. Da sind unsere Dinos auf jeden Fall nicht stark genug. Auf jeden Fall die Einsatzferien nicht. Von daher ist es jetzt so, wie es ist. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen legendären Dino drin, in dem wir ausbrüten. Und hier können wir auf jeden Fall noch mal unsere Wundertüte checken. Das machen wir natürlich auch gleich. Alanka haben wir hier mit am Start. Richtig noble Sache. So, schließen wir erstmal wieder. Und sind für heute auch erstmal wieder durch. Ich wünsche euch Wart. Bis dann. Tschö. Tschö.